Moin aus Ruxil! Gerne hätten wir Sie auch in diesem Jahr am Tag der Seenotretter begrüßt, denn leider ist das aufgrund der Corona-Zeit nicht möglich. Wir würden darüber freuen, wenn Sie uns weiterhin treu bleiben, so wie es auch einer unserer kleinen Fans. Er hat ein schönes Video gedreht, was Sie im Folgenden jetzt sehen können. Hi, ich bin Lukas aus Rheine. Eigentlich würde ich gerne dieses Jahr am Tag der Seenotretter teilnehmen. Da dies aber nicht geht, möchte ich Dir nun zeigen, wie bei mir ein Einsatz der Seenotretter aus Lego abläuft. Ich wünsche Dir jetzt viel Spaß bei dem Film! Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim 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 Film! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen und denk dran, ohne deine Spende geht es nicht.